die wischen präsentiert eine begegnung mit der vergangenheit entwickelt von vicarious wissens die ganzen alten games master zu ganz schön gucken ich habe das angefangen vor fünf minuten ich auch nicht aber das letzte mal ist das gezaufte war es noch für playstation 1 naja ich sag doch quasi hat vor zwei minuten gestaltet wir haben die ursache vergangenen das gibt es dazu der meine Nein, nein, das war schreckt. Geil, Mann. Da fahrt ich wieder Bock, Alter. Ich spiele gar nicht da alles noch. Hä, was? Ah ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wollte hier reingehen, ich war hier keine Sorge. Ich spring da einfach mal auf den Fenster. Oh, nee, Alter, das machen wir jetzt aber nicht. Was haben nur drei Akku-Akku-Masken? Hä? Na ja, übel. Ich glaub, die hatte ich nicht immer Brüste, die waren vorher so halb 2D, ey. Hä? Wasch mir da vorab? Ey, übel ist, Alter. Dieses geile Wegklatschen immer. Hä? Ja. Die haben das richtig geil gemacht. Man musste sich drehen, ja, jetzt weiß ich es wieder. Oh. Voll daneben gesprungen. Naja, wieder auf den Platz von Anfang, ey. Chill doch mal, oder was? Was? Muss man wieder von Anfang spielen, oder? Weiß ich gar nicht mehr, Alter. Das ist schon... Äh, ich glaub auch die Maske, ne. Du musst mich eigentlich... Alter, ist das Spiel geil, Mann. Das war die Grafik auch echt cool gemacht, so. Ja, doch, war schon vor ein paar Wochen, ne. Ich wusste nicht, dass du hier das Spiel so feierst. Boah, jetzt haben wir ja die geile Maske, ey. BAM! 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 Oh, ich hab eine Füße übersehen, hab ich glaub genau. Ich hab echt nicht alle Dinger gekriegt, ja, die sind alle Äpfel. Bleibt mich doch alle. Ja, ja, als ich da drüber geflogen bin, hab ich es gesehen. Alter, dieses geile Endding, ja, das wusste ich auch nicht mehr. Wo die ganzen Kissen in die Fresse kriegt. Ja. Der Hammer, ey. Geiles Game, Mann. Hey, da gab es noch eine Karte. Das ist ja, ey, aber wenn man es so betrachtet, das ist schon voll so die Mario-Nachmache, Alter. Aber halt, mega gut, ey. Ja. Komm, wir speichern erstmal hier LT. Nur 2% ey, der Hammer. Ah, der hat automatischen Speichern. Passt. Dum dum dum. Häh. Was ist das? Warte, da bin ich grad schon? Habe ich jetzt noch was falsch gemacht? Ich wollte eigentlich das nächste Level spielen und ich teile es noch. Ich wollte die Schlittgrölle wegballert gegen eine andere Schildkröte und die andere nicht stirbt. Aber das habe ich schon wieder gesehen. Richtig geiler Typ man. Richtig geiler Typ. Oh fuck. Oh ne, ich hätte ja die Kiste wegballern müssen. Ey fuck, wenn man das nicht mehr weiß. Übelts ey, gell? Rechtsegal, oh ey. Vielleicht kriege ich diesmal wenigstens die Kiste. Deswegen kannst du mir nicht mal vorher Bescheid sagen, weil der Streamer ein bisschen erzählen würde. Ach, scheiße, jetzt hätte ich da nicht hochspringen müssen. Okay, warte, jetzt müsste es gleich wieder kommen. Okay, hier war es noch nicht. Äh, da war der hier, ne? Äh, da war jetzt grad nix. Ja, ich weiß was du meinst. 30 Sekunden, Alter. Wie nenne ich mich? Alter, kann man aufhören immer die Buchstaben zu verdrehen? Äh. Diese Controller, ich hab diesen 360 Controller da dran, der kommt irgendwie grad grad gar nicht damit. Nein, nein, ich will nicht noch mal versuchen. Alter, leck mich doch nicht mehr jetzt nächstes Level hier. Die Pumperintern. Also, ich muss sagen, dafür, dass die Spiegel sind. So, alles hat das schon lange Ladezeit. ich bin falsch rumgelaufen der war vorhin schon nach rechts gelaufen scheiß halt da könnt ihr dann nicht mitteilen trotzdem soll irgendwie relativ lange ladezeit also verhältnismäßig und im vergleich zu der playstation 1 wo das spiel ursprünglich rauskamen gleich wieder drüber das ist geiles game ohne scheiße wenn sich aber viele heutige games von der scheibe abschneiden wie lange schon ja noch unbefugt war jetzt nicht mehr fast das ganze level durch rand guckst du an wie gar nicht den sprengstoff dings hier war noch irgendwas special oder teleporter geht bonus level naja ich muss das aufhüpfen eh da muss man die alter das hat ich so voll voll super mario halt nur in 3d und den cooler ich habe schon wieder freilich ist und verpasste ich weiß aber wo ich überpasste was fort forti oder ist forti was da muss man update lagen ich habe ich habe heute mittag irgendwann gelesen das ist ein update für patrick gibt mir diesen dass jetzt zwei visiere auf einer waffe machen könnte so ja das haben sie auch von dings von mir ist das ring auf elisium und dann kommt das überhaupt raus ja geil das haben wir ja leider ja ich auch für solche Kräuter also ich will wir werden gleich sterben da haben wir Alter, wie ich da gerade übelst geil. Pass auf, was nächstes noch passiert, wenn wir am Spawnen relativ früh sind, weil ich versuche da hochzusprennen, die Mauer. Ja, voll Pampferd. Alter, was geht bei dem Spiel, ey? Naja, ich weiß. Naja, komm halt, ich bin hier doch noch verreckt, das war zwar ein paar mal zugegeben, aber... Wie ich da versuche, die Wand hochzuklär, dann einfach voll runter klatschen. Hat er sich damals mit meinem kleinen Cousin gezackt, immer auf Playstation 1. Richtig geil, ey. Oh, leck mich doch. Also diese Kisten, die sind immer noch genauso behindert wie früher. Ja, manche Sachen erinnere ich mich, soweit ich das sehe. Scheiße, hab ich jetzt die Maske weggekickt von der alten. Ach, Alter, verfüsste ich doch. Ich glaube, das hat echt nicht gezählt, dann habe ich die Maske weggekickt. Ach, Alter, jetzt fahr ich da auch noch ohne. Ja, der Schildtyp ist geil, Mann. Kommt ja direkt an, ey. Hä? Ja. Übelste. Boah. Das war knapp. Alter, du Schildtyp, Mann, leck mich doch. Alter, der ist voll überhindert, ey. Oh, ne, jetzt kommt schon wieder so ein Schild, Hammel, ey. Das sieht aber schon geil aus, oh. Das haben sie wenigstens richtig für ein Remake, das Spiel, ne? Wo sind das wohl ausgegraben, Arme? Ah, die komische Tussi, die Bonus-Level kann ich aber eigentlich immer machen, ne? Was kann ich hier machen? Huh? Na? Alles klar. Mach das. No. Piu. Hat er schon wieder Kisten vergessen? Da haben wir noch. Der Hammel. Du hast zehn Stück. Die Wumpa-Inseln. Wumpa-Lupa. Die Wumpa-Inseln. Die Wumpa-Inseln. Ja. Die Wumpa-Inseln. Deine Wumpa-Inseln. Tut du 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 duya. Der Schnaser chúng hat euch gesehen... Oh, oh, oh! Fuck, ist das knapp! Oh, das war zu knapp. Ah, hoppe leider nicht, leider nicht. Aber es war kurz davor, der erste Trie zu werden. Scheiße, jetzt ist er doch ein Stück schneller als ich. Wuhu, abwarten! Second try, Humper, Second try! Hätte ich da noch eine Schüssel sammeln können? Badabada! Upstream! Eine Bonus von da! Oh, das ist das, Alter! Fuck! Oh! Oh! Fast try, Humper? Fast try! Ah, leck mich! Habe ich denn die Piranha nicht gesehen, ne? Habe ich denn die Piranha nicht gesehen, ne? Sally, Coop! Scheiße, was muss ich nochmal machen? Was ist gerade nicht? Und Polos, la verdad. Hat er schon wieder 10 Dinger vergessen, oder was? Schaut mal, schaffe ich alle zu kriegen. Mein Beutel, Fuchse, der Arme. Papu, Papu, was war das, Endboss, oder? Oh, scheiße, jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass er gleich losfährt. Komm, du Pupa-Dopa, mach mal was. Hey, was muss ich mir hier nochmal machen, oder? Oh, okay. I don't know how to jump. Ich weiß nicht, ob es war, aber das ist gut. Ja, P. Saladay. Geil, Mann. Richtig geiler Typ. So. Oh, einen blauen Edelstein muss ich suchen. Na, warte mal, lass mal gucken, ob hier nicht noch was ist. Manchmal gibt es nämlich hier noch in der anderen Richtung was. Gute Bulldog. Gute Bulldog. Oh, scheiße. Ich dachte, ich war schon drüben. Warum schaffe ich eigentlich nie dafür beim ersten Try? Geil. Ah, jetzt habe ich die scheiß Maske gefunden. Alten nicht. Ah, jetzt habe ich hier was Neues. Oh, lag mich doch. Gute Bulldog. Oh! Das war's noch. Boah, kurz zu lange ein Checkpointer. Woh, da war's noch. 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 Ah, Shit. Fuck. Hätte ich wahrscheinlich mal oben drüber halten müssen, so ganz schnell. Darf ich das noch mal machen? Ah, sehr geil. Woh, da hab ich's so schlossen, ne. Geh weg. so nicht aber so ungefähr kann ich jetzt gut zieht es mir ein kleber abonniere 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 die das ist ja irgendwie drauf landen aber ich kenne mich nur schwung hin aber einmal probieren wir es noch immer weiter naja, leck mich doch ne komm... einmal geht noch einmal geht noch fängt ja schon gut aus. Beim zweiten Mal dieses Hochschwingen. Okay, letztes Mal. Einmal geht noch. Das ist aber schon einfach viel zu schnell dafür. Wenn ich einmal nach rechts zurück bin, jump der irgendwie nicht von sich und weiter. So muss ich mal ganz häufig anzipsen. Och. Scheiße, Mann. Last time. Diesmal war wirklich. Wenn ich es jetzt nicht schaff, dann lass ich es einfach. Das heizt mich schon, ey. Scheiß Bonusleveler. Ja. Ich lasse einfach hier das Bonus hinweg. Dann klappt es schon. Hi, Beck. Oh, easy. Halt auf die Klappe. Halt auf den. Oh. Ach. Fuck. Ach, scheiße. Fehlt mir echt noch eine. Ich dachte, jetzt krieg ich so ein Kampf. Alla. Jetzt werden wir aber viele Kästen. Jetzt werden wir richtig viele Kästen. Hier. Ich hab ihn doch mit. Ach, warte, bitte. Dann passt, 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 passt. Dann kriegt der Rücken, ey. Dann hat er Rücken. Dann kriegt er Rücken.